Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal zu Emily. Äh, jetzt muss man nicht mehr vorsichtig sein. Die kennen alle. Guck mal, da liegt sogar noch einer. Ach toll, es ist nur ein Brief hier. Oh, das ist eine schwierige Scheiße. Ah, der hatte wenigstens noch was bei sich. Ah, da ist der andere. Hat nix. Alle bewusstlos. Hä? Oh, wo erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Ja, wo Daddy drauf stand? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst. Und dass es dir gefällt. Ich werde es gerne mit zum Dunville Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Kalista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagt dir, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsborough Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist. Nein, Mann, ich bin nicht so einschliffernd. Ich habe so bloß nur alle geblitzt, Dings. Mit dem da. Okay, also muss ich jetzt hier rüber. Korvo. Korvo, sie leben noch. Sie haben alle getötet, Korvo. Alle getötet, um es zu vertuschen. Und dann haben sie Emily mitgenommen. Ich konnte sie leider nicht beschützen. Finden sie sie. Ich bitte sie. Habe ich vor. All das Gerede von einem ehrenhaften Militäroffizier. Hevlock wird Emily wie eine Schachfigur für sich nutzen. Der Tod des Lord Regenten hat den Admiral verändert. Ich konnte es sehen. Auch Marden war seltsam. Er verstummte, wenn jemand näher kam. Und flüsterte bis tief in die Nacht mit Hevlock und Pendleton, während sie da draußen waren. Sie merkten, dass sie nur einen Schritt davon entfernt waren, Rang und Macht des Lord Regenten zu erlangen. Und waren besorgt, darüber Rechenschaft ablegen zu müssen, als Kaisertreue. Sie hätten auch mich getötet. Aber Hevlock verschonte mich. Wohl aus Respekt vor meinem Onkel. Bitte. Ringen Sie Samuel oder jemand muss etwas wissen für Sie, Emily. Sie hat so gut durchgemacht und hat niemanden an ihrer Seite außer Sie. Samuel hat die See gelassen für ihre Rückkehr. Sie können ihn damit rufen. Er kommt dann schnell. Er muss nur unbemerkt anlegen, damit die Wache ihn nicht sieht. Jetzt? Glister, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwell gibt. Ich denke nicht, dass Gorbel verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach Ihnen absuchen. Aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie sie mit dem Signalwerfer. Schießen Sie mit dem Signalwerfer. Denn ich in Emilys Turm versteckt habe. Eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Wenn Sie die Stadtwache ausgeschaltet haben, kann ich fliehen. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie Sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Oh, da kommt er schon. Der Jutz da. Deswegen habe ich eine Schüssel hierfür bekommen. So. Ja, alte Taus. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lord Regenten. Soll wirklich sehenswert sein. Hm. Dann gucken wir ihn uns doch einfach mal. So. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Zwei. Niemanden umgebracht. Niemanden getötet. Das ist der Beweis. Ich habe niemanden umgebracht. Ohhhhhhhhhhhhh. Halt ihn runter wie Öl. Da wären wir, Sir. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sind. dass sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Hier will Corvo. Wenn es jemand verdient, dann Sie. Grüßen Sie Emily von mir. Wenn sie auf dem Thron sitzt, wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich. Ich wusste, dass Sie gerissen sind, Corvo. Aber Sie haben es geschafft, das ganze Chaos zu bestimmen, um den Blick für das Leben, wie ich sein kann. Ich bekomme ein Küstchen von Eis, glaube ich. Auf dem Eingang. Landseitiger Eingang. Ich wollte die Frage, was ist der Haupteingang? Wo sollen alle reingehen, oder? Ich darf nicht böse sein, ich darf nicht böse sein. Hier ist es eins. Ich darf nicht weinen. Ich darf nicht weinen. Ich darf nicht weinen. Du, 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 du. Du, 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 du der schiebt hier voll die welle ja der weiß doch dass ich hier bin das blitz ging es da bist du nicht da wo du gerade bist bist du dir sicher dass ich nichts zu lachen habe wenn du dich für mich ich weiß dass da geht es ums essen da kennt man doch keine freude ja schatz das stimmt nicht hochkletter mensch da ist ich wollte ihnen eigentlich noch greifen mich dadurch dazwischen stellen ist wenn sie auf dem thron sitzt wird sie keinen alten mann wie mich haben ich wusste dass sie gerissen sind korbo aber sie haben immer so tief einspringen musste er macht pipi ins wasser guck mal ich war so nett und hab gewartet bis er fertig ist so könntest du ihn vielleicht doch mal ordentlich ablegen und nicht immer so komisch geworfen wer halt da ist hey mister ich hab mich verirrt glaubst du dass du nach gestern nacht dein eigenes kommand bist du nicht verstehen gut und der zwei was du 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 und taugender und dann sofort Schießen am Beste sieht. Ja, der Ding ist am Schießen und kleiner kriegt es mit, ne? Was hast du für gefühlt? Mich sieht gerade einer. Doch nicht. Wo? Schwein. Wo? Nicht Schwein. Wie? Du hast eine Erde? Er hat nur gehört, dass ich ihn abgelegt habe. Weil das ja Vayne hinterlässt, weil Koru ihn ja nicht hinlegen kann. Das Göttchen dreht sich gerade wieder. Die Seite gefällt mir definitiv besser. Wo ist dieser blöde Turm wieder? Jetzt, glaube ich, gleich wieder zurück. Ja, das ist nice. Ja, jetzt wird er wieder zurück. Ist jetzt nur noch einer dort. Würde ich natürlich mit einem Betäubungsding. Eine Zeitung. Nein, 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 nein. Irgendwo schon ein Rucksack gedreht. Ist das nicht so ein Musiker? Hä? 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 Wieso kann ich den nicht betäuben? Hä? Wieso? 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 Wieso da hin? Wieso, wieso da hin? Blöde Turm gerade wieder rum, ne? Oh nein, geh nicht da runter! Diese schwachen Matendrohung. Scheiß, weißt du! Guck mal, ich hätte auch hier lang geklappt. Loll! Ähm... Wo ist der Saft dafür? Wer ist irgendwie da drüber? Was ist das da für die Alarmanlage? Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Ich glaube nicht, dass du mich nochmal in die Finger kriegen wirst. Was? Das Spiel lässt mich nicht hier hoch. Gerecht und rein. Wirke ich die Werke des Jedemanns. Ach, Schittens! Ja, was da ist. Ey, was soll ich denn sonst da dran vorbeikommen? Außer getrostet zu werden. Ist ja scheiß Turm, ey. Geht doch mal schneller! Könnt ihr nicht einer von euch mal ein Ablekungsmanöver starten? Nein. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Aber so geht's, ne? Bei den Betäubigen kann ich nicht. Mit dem Scheiß? Ja. 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 als rette krummion diese sind davon mal so viele leute wieder Ähm, äh, nicht bewegen, nicht furzen, nicht atmen. Hallo? Nimm dir doch mal. Nebst du noch? Ja. Bitte. 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 Bitte.